Arthur Möller van den Brug, an Liberalismus gehen die Völker zugrunde. In, die neue Front, herausgegeben von demselben, Heinrich von Gleichen und Max Hildebert Böhm, 1922. Wenn ich von liberalen Ideen reden höre, so verwundere ich mich immer, wie die Menschen sich gerne mit leeren Wortschellen hinhalten. Eine Idee darf nicht liberal sein. Kräftig sei sie, tüchtig, in sich selbst abgeschlossen, damit sie den göttlichen Auftrag, produktiv zu sein, erfülle. Johann Wolfgang von Goethe Über dem Lande liegt der Verdacht, dass an der Nation ein Betrug verübt worden ist. Es ist nicht nur der Betrug von Versailles. Der Betrug, der geschah, ist vielmehr so alt wie der Missbrauch, der mit einer Ideologie getrieben wurde, die in der Politik mit Ideen arbeitete, um Interessen zu wahren. Dieser Missbrauch gestattete unseren Gegnern, sich ihren Vorteil nicht besser zu sichern, als wenn sie das deutsche Volk mit möglichst hohen Begriffen dahin brachten, dass es um des Friedens willen den Krieg vergaß, bevor es von ihm gewonnen war. Immer stoßen wir auf eine ganz bestimmte Anschauungswelt, die Grundsätze zu benutzen pflegt, um ein Geschäft zu machen. Der Unterschied ist nur der, dass unsere Gegner verstanden, sich in ihrer Anschauungswelt zu ihrem Nutzen zu bewegen, während wir ihnen den Gefallen taten, ihnen in diese Anschauungswelt zu unserem Schaden zu folgen. Die Anschauungswelt ist die eine und gleiche. Die Merkmale kehren überall wieder. Es sind die Zeichen einer geistigen Ansteckung, deren Träger sich durch eine eigentümliche Unempfindlichkeit zu schützen pflegen, während sie die Befallenen völlig zugrunde richtet. Es ist die zersetzende Anschauungswelt eines Liberalismus, der Auflösung bringt, der eine moralische Erkrankung der politischen Völker verbreitet und in dem gerade, wie er seine Herrschaft in einem Volke abtritt, den Charakter desselben verdirbt. Wir dürfen uns diesen Liberalismus freilich nicht so vorstellen, als ob er an eine bestimmte Partei gebunden sei. Er hat nur seinen Ausgang von derjenigen gemeineuropäischen Partei genommen, die ihm den Namen gegeben hat. Aber er hat in der Folge auf alle Parteien hinübergewirkt, hat die Eindeutigkeit der ursprünglichen Parteistellung verwischt, hat ein zweideutiges, ein zweifelhaftes, ein liberal angefeuchtetes Element hineingetragen. Und wäre es nur, dass er die bekannte Gestalt des geschäftigen Parteiführers schuf, der seine Berufung nicht mehr von unbeugsamen Überzeugungen empfängt, die er durchsetzt, sondern seine Aufgabe in einer glatten Vermittlung sieht, die mit sich reden lässt. Der Liberalismus ist die Freiheit, keine Gesinnung zu haben, und gleichwohl zu behaupten, dass eben dies Gesinnung sei. Als der Weltkrieg ausbrach, lief der Ruf durch die Zeilen der Zeitungen des Westens, La Liberté est en jeu. Damit wurde eine Weltmeinung irregeführt. Die besondere Sache wurde zu einer allgemeinen erhoben. Sie war jetzt welternschauungsmäßig begründet. Sie hatte ihren Nimbus. Wenn man weltanschauungsmäßig nachgeprüft hätte, dann würde man die merkwürdige Entdeckung gemacht haben, dass die politische Freiheit, die der Liberalismus mit demokratischer Begründung fordert, in liberalen Ländern gar nicht dem Volke vorbehalten ist, das vielmehr bevormundet bleibt, sondern einer gewissen Gesellschaft, welche herrscht. Was diese Gesellschaft unter Freiheit versteht, das ist zunächst der Spielraum der Machenschaften, den ihre Mitglieder brauchen, um in sie überhaupt hineinzukommen. Das ist so dann der Spielraum des Parlamentarismus, der ihnen ihre Machtstellung sichert, indem er sie verfassungsmäßig rechtfertigt. Und das ist schließlich der Spielraum einer möglichst unbeaufsichtigten Bewegungsfreiheit, die ihnen hinter dieser Scheinwand einer Volksvertreterschaft gestattet, im Verhältnis zum eigenen Volke, wie zu anderen Völkern, den Nutzen der Nutznießer zu betreiben. Man muss nur hinter das Scheingefecht der Begriffe kommen, das der Liberalismus vorführt, wenn er sich auf Freiheit beruft. Er benutzte schon den Ausbruch des Weltkriegs zu einer Spiegelfechterei. Das war der erste Betrug. Als unsere Gegner den Widerstand nicht brechen vermochten, den wir dem Ansturme der Waffen entgegensetzten, gingen sie aus ihren demagogischen Hinterhalten dazu über, das deutsche Volk selbst zu verlocken. Man bediente sich dazu vor allem des Fortschrittsbegriffes, der so gerne mit dem Freiheitsbegriffe vermengt wird. Man hatte zwar, wenn man die Völker auf den Erfolg ihrer Arbeit hinverglich, einen Augenschein der Länder gegen sich, der sehr für Deutschland sprach und für den Westen beschämend genug war. Aber wenn man sich auf den parlamentarischen Standpunkt stellte, dann ließ sich zur Not eine innerpolitische Rückständigkeit behaupten. Und so versicherte man dem deutschen Volke immer wieder, dass es den Druck einer Staatsauffassung dulde, der es bis dahin zu seinem Schaden belastet habe. Man konnte nun einmal nichts sagen, auch zu seinem ökonomischen Schaden. Also schob man pazifistische Gesichtspunkte vor, die man sehr geschickt und jedenfalls wirkungsvoller, als das deutsche Volk einsichtsvoll war, in einem Zusammenhang mit den Gründen brachte, die ihm das Wohlwollen der anderen Nationen mit dem Endergebnis entzogen hätte, dass sie sich alle gegen diesen, einen, verbanden. Man verquickte sie mit innenpolitischen Verhältnissen, in die man sich zu außenpolitischen Zwecken einmischte, mit Fragen der deutschen Verfassung und gar des preußischen Wahlrechtes. Man hatte ein zu schlechtes Gewissen, um sich anders als zunächst noch sehr vorsichtig auf eine Aussprache über die Entstehungsgeschichte des Weltkriegs einzulassen. Man überbrüllte die ursächliche Tatsache der Einkreisungspolitik mit der beiläufigen und anlässlichen Tatsache der ersten Kriegserklärung. Und man schwieg sich nach Möglichkeit aus, wenn an die Tatsache der ersten Mobilisierung erinnert wurde, mit der, wie man wusste, der russische Verbündete belastet war. Man wurde dafür umso beräter, wenn man auf die Dauer des Krieges zu sprechen kam, die in Deutschland am schwersten empfunden werden musste, auf die Gründe, die ein Kriegsjahr auf das andere folgen ließen und das Ende ins Unabsehbare hinausschoben. Und man erreichte hier die entscheidende, die zunächst betörende, und dann unaufhaltsam verwirrende Wirkung, mit dem Worten, das als eine feierliche Botschaft aus dem Weißen Hause Amerikas zu uns gelangte. Zitat Es muss ein Frieden ohne Sieg geschlossen werden. Zitat Ende Das Wort fiel in eine Nation, die den Krieg nicht gewollt hatte und die nicht wusste, um was es in ihm für ihre Zukunft eigentlich ging. Mitten im Kriege verrunn einigte sich diese Nation über ihre Kriegsziele, die sich für sie erst aus seinem Verlaufe ergaben, während unsere Gegner die ihren, in der Stille betreiben, und immer als eine Selbstverständlichkeit behandelten. So verriet diese Nation bei jeder Gelegenheit, wie unvorbereitet sie doch auf diesen Krieg gewesen war, den man ihr als Schuld anhing. Bekam nicht dieser sinnlose Krieg einen nachträglichen Sinn, wenn gerade, er, zu einer Versöhnung der Völker führte, die jedem Volke das Seine gibt, oder gab, und jedenfalls nicht nahm. In dieser Gutgläubigkeit, mit der sich zunächst der deutsche Demokratismus bloßgestellt hatte, in dem sich alle schwächlich schwankenden, alle liberalen Elemente des Volkes zusammenstanden, konnten schon die Machenschaften einsetzen, die zu unserer beteuerten Friedensbereitschaft von 1917 führten. Aus Gutgläubigkeit und Verrat ergaben sich die Vorbedingungen für die Ereignisse von 1918 und 1919. Ergaben sich zwangsläufig der Umsturz, die Waffenstillstandsbedingungen, die Auslieferung der Schlachtflotte, die Ablistung unserer Handelsflotte und diese ärgste aller Selbsttäuschungen, dass wir nur unsere Schuld am Ausbruche des Krieges einzugestehen brauchten, um uns auf eine so willfährige Weise günstigere Friedensbedingungen erlügen zu können. Das war der zweite Betrug. Nur darum ging noch eine Weile die Entscheidung, ob auch der Friedensstifter als der liberale Mensch, der er war, mit bloßgestellt würde. Jenes Wort vom »Frieden ohne Sieg« wurde, vor »Unserem Friedensangebot von 1917 gesprochen.« Es ist nachher, als man uns auf dem Wege wusste, auf dem man uns haben wollte, nicht wiederholt worden. Und nach dem Zusammenbruch von 1918 als man am Ziele war, wurde es erst recht nicht verwirklicht. Wenn der Liberalismus sich beim Worte nahm, und wenn Wilson, der sich der päpstlichen Friedensvermittlung entzogen hatte, um seine eigene Völkerbund-Eitelkeit voranstellen zu können, sich selber beim gegebenen Worte nahm, dann musste er den Ausgang des Weltkrieges zu einem Werke der Völkerbefriedung nutzen. Aber schon war keine Rede von den Versprechungen mehr, dass man das deutsche Volk, sobald es durch eine Revolution dem Kriege ein Ende mache, als ein sogenanntes »befreites« Volk in den Ring der sogenannten »freien« Völker aufnehmen werde. Immer stiller war der Liberalismus von den Idealen geworden. Immer schleppt der Liberalismus den liberalen Toren mit sich, der wohl ernst mit den liberalen Ideen machen möchte, der aber, wenn er mit ihnen nicht durchdringt, sich damit begnügt, dass wenigstens ein Schein gewahrt wird. Aber immer kommt für den Liberalismus auch der Augenblick, in dem der liberale Mensch aus sich heraustritt und mit Kältezugriff und einer Bedenkenlosigkeit, seine Absichten zu erreichen sucht. Das tat »Clemonceau«, für den der Liberalismus immer nur eine Taktik gewesen war, mit der er den persönlichen Gegner aus den unsachlichsten Gründen ansprang, und der jetzt als alter Mann ganz zu den zehn Willensmenschen wurde, der von seiner Beute nicht lässt. Und das tat auch David Lloyd George, dessen Liberalismus in einer angeborenen Beweglichkeit lag, die ihm jedes Vermittlertum, aber auch jeden Anschauungswechsel gestattete, und der nun mit dem aufgeräumten Geiste alle Einwände hinter den Erfolg zurückstellte, den er davon trug. Gegen diese beiden Gegenspieler kam Wilson nicht auf. Er ließ sie ihr Spiel gewinnen. Und er hatte nur die Unehrlichkeit, sich den ebenso biedern wie selbstgefälligen Anschein zu geben, als ob er selbst es gewonnen habe. Das war der dritte Betrug. Der Frieden hat der Welt nicht Freiheit gebracht, sondern Verknechtung. Und er hat ihr nicht Frieden gebracht. Gleichwohl haben die Staatsmänner von Versailles die Stirne, die zu der Auslegung gehört, dass ihr Werk die Gewährleistung von Fortschritt und Gerechtigkeit sei. Es ist die Stirn von Überführten. Es ist die Auslegung von Durchschauten. Aber sie sind im Besitze ihrer politischen Macht, die sie einer Grundsatzlosigkeit im Namen von Grundsätzen verdanken und an der wir die verruchte Eigentümlichkeit des liberalen Menschen erkennen. Begriffe zu missbrauchen, Begriffe als Mittel zu verwenden und Zwecke durch Begriffe zu beschönigen. Der Verdacht, unter dem der Liberalismus heute in Deutschland steht, ist der Verdacht auf ein System. Auf ein Netzgeflecht und Schlingenwerk, das man sich durch die Welt hin ausgelegt, vorstellt und in dessen Maschen sich Deutschland schließlich verfangen haben soll. Der Verdacht, unter dem die Freimaurerei steht, gehört vor allem hierher. Ihre geheimgesellschaftliche Gliederung auf weltbürgerlicher Grundlage legt ihn besonders nahe. Man wurde auf die Tatsache aufmerksam, dass es freimaurerische Mächte waren, die vor dem Kriege das herzliche Übereinkommen gegen Deutschland und während des Krieges dasjenige zu seiner Vernichtung schlossen. Und man machte auf die andere Tatsache aufmerksam, dass es fast nur freimaurerische Staatsmänner gewesen sind, die schließlich in Versailles zusammengesessen haben. Man hat deshalb in der Geschichte der Freimaurerei zurückgeblättert, um hinter das Geheimnis zu kommen, das sie umgibt, und die Zusammenhänge aufgeschlagen, die sich zwischen allem feststellen lassen, was jemals unterirdisch und hintergründig in der Menschheit gewesen ist. Wenn man die Geschichte der Freimaurerei durchgeht, dann gerät man vor eine Auflockerung von Grundsätzen, die einen ganz bestimmten Menschen voraussetzt, indem wir den liberalen Menschen erkennen. Einen Menschen mit einem je nachdem aufgeweichten oder abgefeimten Gehirne, der entweder seine Grundsätze nicht mehr auseinanderzuhalten vermag oder der sich über sie hinwegzusetzen pflegt. Einen Menschen jedenfalls, den es nicht die geringste Selbstüberwindung kostet, sie preiszugeben, im Gegenteil, der sich daraus bezahlt macht und sich dabei in seinem eigentlichen Geschäfte fühlt. Man gerät schon vor eine derartige Preisgabe, wenn man die Feststellung macht, dass die Loge ursprünglich als ganz unpolitisch gedacht waren, dass es aber nicht lange dauerte und die Politik ihre Haupt- und Lieblingsbeschäftigung wurde. Inzwischen bildete die Freimaurerei die Scheinlogik eines Rationalismus weiter aus, der den Schluss zog, dass etwas folgerichtig sein müsse, wenn es vorteilhaft war und eine abgerichtete Vernunft die nachträgliche Gutheißung gewährleistete. Warum sollten die Loge, die als Vertreterinnen des christlichen Menschheitsgedankens entstanden waren, nicht auch die Vertretung eines nichtchristlichen Menschheitsgedankens übernehmen, wenn doch der Nichtchrist auch ein Mensch ist und sich obendrein aus dem Verkehre mit ihm Vorteile herausholen ließen, die der Sache förderlich waren. Also ging die englische Hochloge voran, indem sie zuerst bei der Aufnahme neuer Mitglieder aus Handelsrücksichten jüdische Ausnahmen zuließ. War der Positivismus nicht auch eine Religion, allerdings ein Glaube an den Unglauben, aber immerhin ein Glaube, ein Vernunftsglaube, der den Offenbarungsglauben ersetzte? Also nahm man Positivisten auf, obwohl sie nicht nur Kirchenfeinde waren, sondern Religionsfeinde. Aber man tat es, weil sie das Licht bekannten, das die Aufklärung durch das Jahrhundert verbreitete, weil sie sich eifrig zu den Diensten drängten, die man der Vernunftsgöttin schuldig war, und gleichfalls von Menschheit, von Fortschritt und vor allem von Freiheit sprachen. In Wirklichkeit tat man es, weil man mit ihnen in derselben Gesellschaft lebte, an derselben Börse spielte und in derselben Kammer saß. Man tat es, weil die politischen Ziele in der gleichen opportunistischen Richtung zusammenliefen. Wer hinter ein System kommen will, der muss zu seiner Psychologie vordringen. Der Liberalismus beruht auf dem liberalen Menschen, mit dem wir zu tun haben. Der Verdacht, welcher auf den Schwindel fällt, der mit Ideen betrieben wurde, geht von den Schwindlern aus weiter und bleibt bei einem weit angelegten Planehaften, der ebenso der Entstehung des Weltkriegs zugrunde lag, wie er jetzt wieder der Ausmünzung des Friedens zugrunde liegt. Aber vor allem beruhte der Plan auf den Menschen. Er beruhte auf einem mehr oder weniger stillschweigenden Übereinkommen von gleichgerichteten Menschen, die in ihren Beweggründen übereinstimmten. Er beruhte auf dem liberalen Menschen, der immer und überall in der ihm eigentümlichen Weise handeln wird, und der, wo und wie er auch wirken möge, immer zersetzend wirkt. Liberale Menschen sind niemals magische Menschen, sondern triviale Menschen, solange sie nur ihre Gemeinplätze pflegen, oder aber, sobald sie zu Wirksamkeiten übergehen, intrigante Menschen. Liberalismus führt zur Dummheit und zum Verbrechen. Und oft weiß das eine nicht vom Anderen. Oft aber wissen sie voneinander. Auch die Aufklärung wollte ihr Geheimnis haben. Sie umgab sich mit ihm in der Freimaurerei. Aber was entstand, das war ein Mysterium der Banalität. Seine Müssten sind Weltanschauungsdilettanten. Gerade sie, die sich den Anschein gaben, irgendwie eingeweihtet zu sein, sind gänzlich uneingeweiht in die Großen, die Wesentlichen, die entscheidenden Dinge, die immer nur durchdrungenen Menschen zugänglich werden. Die Freimaurer sprechen von ihrer königlichen Kunst, aber sie tun es genau wie Menschen, die von Kunstwerken reden, ohne Echtheit zu fühlen, Unechtheit durchschauen, Geschaffenes von Gemachtem unterscheiden zu können, und die sich nun zum Ersatze mit Allgemeinbegriffen wie Schönheit oder Wahrheit behelfen, die in ihrem Munde doch nur Laienbegriffe bleiben. Und es setzt sich bei durchschnittlichen Aufklärungsnaturen, die in den Logeen, zu Klüngeln zusammenhocken, in diese höhnische Voreingenommenheit gegen jede Offenbarung um, mit der man nicht nur Kirche und Kirchentum, sondern alles bedenkt, was aus geistigeren Vergangenheiten unter uns weiterlebt, und von hier aus auch die staatlichen Bindungen unterbaut. Oder es führt bei ernsteren aber immer noch beschränkten Bildungsnaturen, denen ihre wahllosen Liebhabereien irgendein für sie erstaunliches Buch zuspielten, zu dem nachträglichen Bemühen, den Gründer eines Menschheitsgedankens, hinter, den man gekommen zu sein glaubte, ob es nun Jesus oder der heilige Franz, Dante oder Goethe ist, als ursprünglichen Freigeist in Anspruch für die Logeen zu nehmen. Aber auch dieses Bemühen ist wieder nur ein Ersatz. Es soll die Persönlichkeit ersetzen, die von der Freimaurerei niemals hervorgebracht worden ist. Man braucht nur an David mit der Schleuder zu denken. Es sind die vielen kleinen schwächlichen Davide, die es überall gibt und die in ihrem Wirken übereinstimmen, die überall ihre Rache nehmen und das Geschoss richten. Der Finger legt sich hier auf die Beweggründe, die im liberalen Menschen treiben. Ein Ehrgeiz trieb an, der bereits aus einem Rückgefühle kam, ein mit, dabei, sein, wollen, der Zurückgebliebenen, die nicht zurückgesetzt sein wollten, eine Angst der Unzureichenden, irgendwie den Anschluss zu verfehlen. Neid auf Macht, erklärt eine Geistesverfassung von an sich unbedeutenden Menschen, die gleichwohl eine besondere Meinung von sich haben und sie nun durch Liberalismus zur Geltung zu bringen hoffen. Neid auf Macht erklärt diesen Hass gegen das Genie, gegen jeden nur irgendwie großen Mann, der als Einzelner diejenigen Dinge tut, die von den vielen oder auch nur von mehreren gemeinhin nicht getan werden können. Neid auf Macht, erklärt diesen Hass gegen die Dynastien, in denen zwar nicht immer Persönlichkeit, aber Voraussetzung von Persönlichkeitsbildung und jedenfalls Persönlichkeitsvorrecht erblich gewährleistet erscheint. Und auf der anderen Seite erklärt sich so diese Vorliebe für Verfassungen, die durch Wahlen zur Macht gelangen lassen und diese Gerechtigkeit auf einen Zufall stellen, einen Zufall, dem nachgeholfen werden kann. Für einen Parlamentarismus, der die Kontrolle der Macht übernimmt und dem Berufenden wie dem Unberufenen die Möglichkeit gibt, sich selbst zu wählen. Für eine Republik, in der die Gewählten sich in die Macht ihrer Parteien teilen, der Parteiführer mit Laufbahn und Staatsstellung bezahlt und der Wähler wiederum mit Pfründen der Partei belohnt wird. Der Aufstieg des liberalen Menschen, der Verantwortung abschiebt und Zersetzung überall hineinträgt, wo Bindung zusammenhalten muss, ist nur möglich, wenn der konservative Gedanke schwach wird, wenn er auf Führung und Gefolgschaft verzichtet und seine überzeitlichen Gesichtspunkte hinter Zeitliche zurückstellt. Deshalb fällt die Geschichte des Liberalismus mit der Geschichte niedergehender Herrscherhäuser zusammen, die keine Persönlichkeiten mehr stellten, sich vielmehr in ihren Vertretern entmannten oder verweiblichten, und wäre es nur, dass sie sich verbürgerlichten. Wir mögen an das Haus Bourbon denken, oder an das Haus Hannover, an die Ludwiche hier, oder an die Georg e. dort. Vor Napoleon krochen die Freibeuter der französischen Revolution sofort zurück, und die geschmeidigsten unter ihnen, Talleyrand und Fouché, wussten alsbald den bonapartischen Anschluss und hinterher sogar noch den legitimistischen zu finden. Ebenso wichen die deutschen Liberalen vor Bismarck zurück. Aber um Wilhelm II., dessen Romantik so gar nicht konservativ, und der in seinem Dilettantismus selbst so liberal war, drängten sie sich wieder, um an seiner Macht ihren nutznießerischen Anteil zu nehmen. Es war Neid auf Macht, der sich gegen eine Krone richtete. Der Liberalismus behauptet, dass er alles, was er tut, für das Volk tut. Aber gerade er, schaltet das Volk aus, und setzt ein Ich an die Stelle. Der Liberalismus ist der Ausdruck einer Gesellschaft, die nicht mehr Gemeinschaft ist. Der liberale Mensch hat den Sinn verfehlt, der in der Entstehung einer jeden Gesellschaft liegt. Er hat die Gliederung verfehlt, die auf einem Aufstiege der Persönlichkeit beruht. Er hat den höherwertigen Menschen verfehlt, der die Werte, die er schafft, ursprünglich aus dem Volke empfängt und sie dem Volke gestaltet zurückgibt, so dass es ihm nicht als einen Gegensatz empfindet, der sich hier von ihm absondert, sondern als ein Beispiel, das es sich selbst gibt. Der liberale Mensch drückt keine gegliederte Gesellschaft aus, sondern eine aufgelöste Gesellschaft. Schon deshalb kann er keine Werte hervorbringen, die dem Volke und der Gemeinschaft gemeinsam wehren. Der liberale Mensch hat nur Werte verfälscht, ist mit ihnen nach seinen Launen umgesprungen oder hat sie sich als eine besondere Bildung vorbehalten. Er war es, der diese entsetzliche Trennung aufriss, die heute zwischen Angehörigen desselben Volkes klafft. Die schmeichelnde Berufung auf das Volk soll der liberalen Gesellschaft nur den gewünschten Freibrief für ihre Willkür geben. Der Liberalismus ist die Partei der Emporkömmlinge. Es ist die Partei einer Zwischenschicht, die verstanden hat, sich zwischen das Volk und die Auslese einzuschieben. Die Angehörigen dieser Zwischenschicht haben das Wachstum der Nation übersprungen oder sich als Fremdkörper in sie eingedrängt. Sie fühlen sich als Einzelwesen, die niemandem verpflichtet sind, und am wenigsten dem Volke. An seiner Geschichte sind sie völlig unbeteiligt. Sie teilen nicht seine Überlieferung. Sie haben kein Miterlebnis seiner Vergangenheit. Sie haben auch nicht den Ehrgeiz seiner Zukunft. Sie suchen nur die Vorteile ihrer eigenen Gegenwart. Sie benutzen gelegentlich den Nationalismus, wie sie jede Konjunktur für ihre Interessen benutzen. Sie benutzen bald den Pazifismus, bald den Militarismus, je nach den wechselnden Zeitläufen. Der Verdacht, unter dem der Liberalismus steht, beruht auf dem Betrugel, den er mit Ideen beging, um Interessen zu bewahren. Er missbrauchte den Nationalismus, um seine Methode zu begründen. Er schickte eine ideologische Propaganda vor, um überall in der Welt für sich Anhänger zu werben. Und er kam auf politischem Gebiete sehr bald dahinter, dass mit dem Schlagworte der Freiheit sich besonders gut so Menschen, wie Völker fangen ließen. Aber was heute unter Verdacht steht, wird morgen unter Anklage stehen. Es ist die Selbstlosigkeit eines konservativen Menschen, dass er an der Heiligkeit einer Sache haftet, die nicht mit ihm stirbt. Es ist die Selbstsucht des liberalen Menschen, dass er die Dinge, denen er lebt, der Sintflut überlässt. Im Gegensatz zu jedem Konservativismus, der immer auf die Stärke des Menschen baut, macht sich der Liberalismus die Schwäche des Menschen zunutze. Er bringt das Kunststück fertig, wie einer auf Kosten des anderen leben kann, indem er den Trick durch Ideale verdeckt, sich mit Idealen zu beschönigen sucht. Dahin geht seine Rechnung. Liberalismus hat Kulturen untergraben. Er hat Religionen vernichtet, hat Vaterländer zerstört. Er war die Selbstauflösung der Menschheit. Naturvölker kennen keinen Liberalismus. Für sie ist die Welt ein einheitliches Erlebnis, das der Mensch mit den Menschen teilt. Und sie haben die ursprüngliche Witterung, das Dasein als einen Kampf zu begreifen, in dem sich alle, die irgendwie zusammengehören, gegen alle behaupten müssen, die sie irgendwie bedrohen. Staatsvölker haben den Liberalismus immer niedergehalten. Sie schützten sich gegen ihn durch Bindungen, die ihr politisches Denken sicherstellten. Und wenn sie im Verlaufe ihrer Geschichte das Individuum hervorbrachten, dass ihr an einer Wende eine veränderte Richtung gab, dann bezogen sie es abermals in die Formen ein, auf denen sie anfänglich und überlieferungsmäßig beruhten. Sogar die Revolutionen von Staatsvölkern sind Dogmen unterstellt, die abermals bindende Einrichtungen zu schaffen suchen. Solange die Staatsvölker bleiben, leben ihre Menschen in einem Geist der Überdauerung. Aber Gesellschaftsvölker, Nationen, die aufhörten, Volk zu sein, haben dem Liberalismus den Raum gegeben, den er beansprucht. Sie blieben nach unten hin Masse, aber sie bildeten nach oben hin Schicht. Es war nicht mehr die Schicht, die vorangegangen war und die durch ihr Beispiel den Staat geschaffen hatte. Es war die Schicht, die nachrückte und die den Staat auflöste. Es war jene gefährliche, rücksichtslose, bedenkenlose Zwieschicht, die sich einschob. Das Ergebnis war die Herrschaft eines Klüngels von Menschen, die nur durch ein gemeinsames Interesse verbunden waren und dieses Interesse allerdings auch zu wahren wussten. Sie nannten sich gerne die Besten. Sie erhoben auf diesen Namen einen täuschenden Anspruch, obwohl sie sich aus zugewanderten und reich gewordenen, aus freigelassenen und emporgekommenen zusammensetzten. Es kam ihnen nicht darauf an, ob sie aus der feudalen oder aus der eigenen radikalen Ideologie die Begriffe nahmen, mit denen sie ihre Anmaßung, ihre Aneignung, ihr neues Vorrecht verdecken und beschönigen konnten. Aber am eindrucksvollsten und erfolgreichsten nannten sie sich doch Demokraten. Griechenland ist an diesem Liberalismus zugrunde gegangen. Das alles wurde als Fortschritt empfunden. Und es war doch Verfall. Der Vorgang hat sich immer wiederholt. Die Gläubigen der Vernunft, Verkünder der Aufklärung, Bringer des Fortschritts pflegen in der ersten Generation gar große Idealisten zu sein. Gutgläubige Empiriker und wohlmeinende Ethiker, die von der Wichtigkeit ihrer Erkenntnisse ebenso überzeugt sind, wie von der Wohltat, die sie mit ihnen, ihren Zeitgenossen erweisen. Aber schon in der zweiten Generation stellt sich der eigentümliche und unheimliche Zusammenhang zwischen materialistischer Grundanschauung und nihilistischer Ausdeutung heraus. Im Handumdrehen des Taschenspielers führt die Atomistik der Forschung zur Atomisierung der Gesellschaft. Und mit der Fixigkeit des Spiegelfechters führt dann die Reflexion zu einer Dialektik, mit der sich der individualistische Mensch, der sein eigener Mittelpunkt wurde, nur noch behaupten kann. Individualismus hat keine Tatkraft. Die Entstehungsstelle des modernen Liberalismus liegt dort, wo sich das Individuum den mittelalterlichen Bindungen entrang. Schon diese Freigeisterei war eine Täuschung. Jene Bindungen waren Leistungen. Es waren die kirchlichen, die staatlichen und schließlich die gotischen Bindungen, durch die der antiken Auflösung für ein Jahrtausend ein Ende gemacht wurde. Es waren die großen Leistungen, die während des Mittelalters das bedeuteten, was später der Fortschritt genannt worden ist. Die Menschen dieser Leistungen standen fest in den Bindungen, die sie schufen, und sie schufen diese Bindungen, weil sie fest in ihnen standen. Sie steigerten sich an ihnen. Sie hoben sich mit ihnen empor. Die mittelalterlichen Bindungen waren der mächtige Unterbau mächtiger Wirksamkeiten. Aber die Menschen blieben nur so lange schöpferisch, wie die Völker schöpferisch waren. Und die Völker bildeten jetzt eine Gesellschaft aus, die sich von dem Volke absonderte. Von dem Lebensüberschwange blieb schließlich nur die Vergnügungssucht übrig. Aus der monumentalen Kunst wurde allmählich ein dekorativer Geschmack. Und das Denken vollends wurde aus seinen universalen Bahnen geworfen, und in die spezialistischen Geleise gedrängt, an deren schmalem Ende nicht mehr der geschaute Kosmos steht, sondern das Experiment und womöglich die Statistik. Der Mensch war seiner Vernunft überantwortet. Und die Vernunft war auf sich selbst angewiesen. Sie ersetzte die Offenbarung durch die Erfahrung. Sie vernahm nichts mehr. Sie beobachtete nur noch. Sie zog nicht mehr dogmatische Schlüsse, wie der Glaube getan hatte. Sie zog auch nicht mehr visionäre Schlüsse, wie der Mystiker. Sie zog auch nicht idealistische Schlüsse, wie der Humanismus. Sie zog jetzt kritische Schlüsse, wie es gibt keine angeborenen Ideen, oder es gibt keinen Gott, oder der Mensch ist nicht frei. Es waren lauter Verneinungen. Man sah nichts, da man nur gegen Namen anrannte, während die Erscheinungen bestehen blieben. Es war immer das Vorrecht der Jugend, für Freiheit zu kämpfen. Wenn die Freiheit noch eine Sache des Liberalismus wäre, dann würde die Jugend ihn nicht verlassen, sondern ihm anhängen. Der liberale Mensch behauptet zwar noch immer, dass er ihr berufener Anwalt sei. Aber gerade er ist Anwalt nur in dem zweifelhaften Sinne, dass er die Anpassung mit sich bringt. Sich nach seinem Vorteile für die eine oder für die andere Sache zu entscheiden. Er liebheugelt höchstens mit der Libertinage, die der künstlerische, der abenteuernde und der verbrecherische Mensch für sich beansprucht. Freiheit ist für den liberalen Menschen der Spielraum, den er sich für seinen Egoismus zu schaffen weiß. Diesen Spielraum umgibt er mit den politischen Schutzformen, zu denen er die Demokratie missbraucht und die er im Parlamentarismus ausgebildet hat. Der liberale Mensch ist politischer Individualist. Er ist Opportunist aus System. Der Liberalismus ist beschützte Willkür. An Liberalismus gehen die Völker zugrunde. Aber wie? Sind es nicht die Völker des Liberalismus, die den Weltkrieg gewannen? Sind es nicht dieselben Völker, die 1918 und 1920 alles erreichten, und die im Jahre 1962 insofern sich ihre Rechnung bis auf die letzte Rate unserer Schuldverschreibung bezahlt macht, alles erreicht haben werden, was vor 1914 ihre Wünsche im Stillen und auch im Lauten bewegte, wenn sie an Deutschland dachten? Unsere Gegner haben den Erfolg für sich. Und der Erfolg hat den Augenblick für sich. Wir sehen, dass alles, was irgendwie nicht liberal ist, sich gegen alles zusammenschließt, was liberal ist. In den Zeiten dieser Umkehr leben wir. Und sie beginnt mit einer äußersten Folgerichtigkeit, die eine Drehung von Grund auf vollzieht und den Feind dort erfasst, wo der Ausgang seiner Machtstellung liegt. Sie beginnt mit einer Abkehr von der Aufklärung. Die Aufklärung hat aus dem denkenden Menschen einen berechnenden Menschen gemacht. Die hat die Welt mit Ideen in Interessen zersetzt. Der liberale Mensch verrechnete sich. Er verrechnete sich, weil immer wieder der Augenblick kommt, in dem das Individuum seine Hilflosigkeit erkennt, eine überlebte Gesellschaft in ihre leichenhaften Bestandteile zerfällt und auch der losgelöste Mensch hinnehmen muss, dass er, der sich außerhalb der Gemeinschaft stellte, wenn er leben will, auf ein Zusammenleben mit den Menschen seines Volkes angewiesen ist. Es ist der Augenblick, in dem Völker wie Menschen zu den Bindungen zurückkehren, ohne die eine Aufklärung auszukommen glaubte, die vor lauter Vernunft den Verstand verlor. Der Augenblick kommt erst nach schwerster Prüfung, die erbarmungslos den Betrüger wie den Betrogenen schlägt. Aber er kommt. Die Verstande Vielen Dank.